Drei Kämpfe haben wir noch. Der nächste wird wieder ausgetragen nach K1 Regeln in der Klasse bis zu 69 Kilo. Wieder angestet auf drei Runden a drei Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die blaue Ecke vom Banzai aus Ulm, Dominik Bauer. Glocke, 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 Glocke! Glockenzen! Glockenzen! Hier ist unser Gicker in die Roadtaker vom Elite Fight Club hier aus Heidenheim. MAMO! Höchstern! Hochstern! Top 32. Das war's für heute. Ich darf euch beide Kämpfe vorstellen in der Blaunecke, 28 Jahre alt, eigentlich seit 72 groß, bis seit 28 Kämpfe, 20 Siege bereit. Der Kunde hat vorzeitig durch Lockout. 19 Jahre, sagt man hier gerade. Vom Panzerhaus Ollen, Dominik Bauer. Seitdem geht er in der Roten Necke, 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, bisher 10 Kämpfe, 90 Siege, 5. Das ist der Wundervoll, die Vorten Necke ist, die Vorten Necke ist. Der Wundervoll, die Vorten Necke, die Vorten Necke, der Vorten Necke ist. Applaus 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 Das war's, das war's, das war's. Auf Wiedersehen! Die Kirche, die Kirche, die Kirche! Applaus 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 In der zweiten Zeit wird er wieder aus dem Weg gehen. Und gleich für die zweite Runde. Und gleich für die zweite Runde. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 3. Kofi, Kofi, Kofi! Kofi, Kofi! Kofi! Kofi, Kofi, Kofi! Stab, 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 Stab! Stab, 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 Stab! Stab, 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 Stab! Stab, 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 Stab! Stab, 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 Stab! Stab, 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 Stab! Hallen! 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 Für den Sydneyätzen Sanje Regioniskweizer einzugehen waren wir in der letzten Runde Rund 3. Applaus 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 So, das waren die beiden Jüngsten des heutigen Abends. Ich bin gerade an der Riesen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017